Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einem Video zu Nintendo Switch Sport. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Yo Leute, herzlichen Willkommen zu Shambara. Mit dir einen Joy-Con. Glaub mir, es ist leichter. Jetzt fällt mir Ketschitschein gegen den Fan von Paxin, das kann weiter. Ich wusste nicht schon, dass Sunni mein größter Fan ist. Der hat meinen kompletten Merch gekauft. Ja natürlich, natürlich, was auch sonst. Hat er den ganzen Bestand. Ich hatte ein richtiges Shratt im Gegensatz zu dir. Du hast keine Chance, du hast keine Chance. Ganz viel. Okay. Nein, wie ist es da unten? Na? Wie hilft, was du guckst? Wunderschön. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wenn du nicht schlägst, schläg ich rein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die waren gerade erst trocken. Hier sind wir das. Würden wir uns nicht angucken. Ich auch. Kannst du uns auch im Video angucken. Prostitersplay weg. Warum kriegst du eigentlich Ladung und ich nicht? Du brauchst auch Ladung. Ich hab die ganze Zeit eben den Energie-Heap genutzt und wollte nicht. Ah. Ja, der Shambara ging schnell. So. Jetzt kommt. Ich zeigte jetzt. Irgendjemand spielt. Im Übrigen. Ich wiederhole mal, was ich am Anfang der Session gesagt habe. Wir haben ja auch eine Session. Zwei Sportarten pro Video. Und wir werden auch noch Online-Runden aufnehmen. Wahrscheinlich eher nur Volleyball und Fußball. Die Meppe ist auch ein bisschen kleiner als normal. Verbraucht deine ganze Ausdauer. Ja. Verbraucht deine ganze Ausdauer. Ja. Nein. Ja. Ich war schon bereit, den abzuwerden. Drei mit dir. Nein. 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 Ja. 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 Es wird noch ein 2-0. Das wird kein Punkt für dich enden. Ich habe keine Ausdauer. Ich kann nicht hinterher. Danke, dass du mich abschiebst. Kacke. Ja. Nein. Ja. Hatsum. Ich war kurz, aber nicht zum Dreh. Ein goldener Ball. Der zählt doppelt. Ich darf ihn nur nicht durchlassen. Das ist alles, was zählt. Ja. Ja. Kopf. Und beide nicht mal spielen. Weder hier noch unterwegs. Fantasy. Wir haben ein 1 gegen 1 gehabt, aber gucken, ob er sich ein Team-Mensch besser schlägt. So. Mike, Ellie, Stephanie, ihr müsst Kevin. Ich bin hier nicht der Beste. Ich habe gerade viel zu 0 gewonnen. Jetzt zeige ich dir, wie man spielt. Obwohl, das habe ich ja bei ihm. Eigentlich kann ich mich zurücklegen. Ich hoffe, irgendwer hat unter den Videos in der Aufnahmestation mitgezählt, wie oft ich dich jetzt fertig gemacht habe. Das Schöne ist, ich habe dich auch bei Bowling besiegt. Ja, komm, mach ein Eigentor, mach ein Eigentor. Nein. Das war nicht, das war nicht, das war nicht, das war einer von deinen Weeren geraten. Das hast du fein gemacht, Ellie. Das hast du ganz fein gemacht. Ich bin drüber gesprungen. Auch nicht schlecht. Komm, Stephanie. Nein. Ja, gut, ich steff. Ich wollte eigentlich keinen Kopfball machen, aber wenigstens sicher war die hinten. Was soll das? Warum spielst du zu mir? Mein Idiot, der fällt ja auch vor mir. Nein, damit. Doch nicht. Warum steht ihr alle da hinten? Nein. Guck, Holly macht das schon. Holly weiß, was sie tut. Die spielen genauso wie die Spieler online. Einfach drauf treten. Ja. Es lief genauso wie geplant. Nein. Nein. Ich wollte wegtreten. Wenigstens kannst du dir dem Bot sagen, dass sie dir passen sollen. Ja. Anders guckst du nicht. Nein, damit. Holly, was machst du denn? Ich bin da hinten. Die guckst du dir das Tor an. Ja, toll. Das bringt uns ja teil. Kann ich noch einen Kanterdick bitte haben? Dann habe ich die absolute Demütigung angezogen. Ja, vielleicht Gott ist es. Leute, solange der nicht reingeht bei uns, ist alles in Ordnung. Der muss bei den reingehen. Dann haben wir sie gedemütigt. Das war halt nicht verhindert. Mein Kopf fällt gar nichts. Ja, gewonnen. Einfach komplett abgezogen. War kein Tor, war dir gefallen. Weder mit Meiz gegen Eis, noch beim Team mit. Ja, Leute. Das war es mit der lokalen Session. Wir machen jetzt noch ein, zwei Online-Folgen. Da war es das auch. Erstmal wahrscheinlich mit Nintendo Switch Sport, bis dann ein Update kommt. Weil so spannend ist es tatsächlich nicht. Für so ein paar Videos war es gut, aber ansonsten warten wir wirklich auf Updates, bevor wir wieder danach was neu machen. Also, für diesen Part mal schau. Bis dann und bis zum nächsten Part.